Hey, schön, dass du wieder da bist. In diesem Video klären wir noch einmal ganz kurz, wie du Brüche in Prozentzahlen und wie du Prozentzahlen in Brüche umrechnen kannst. Hier haben wir zum Beispiel zwei Fünftel. Wollen wir diesen Bruch nun in eine Prozentzahl umwandeln, müssen wir den Bruch auf 100 erweitern. Das geht wie beim Umwandeln in Dezimalzahlen. Dieses Mal ist es aber wichtig, dass wir auf jeden Fall auf 100 und nicht auf 10 erweitern. Wir überlegen also, wie oft die 5 in die 100 passt. Und das sind 20 Mal, denn 5 mal 20 ist gleich 100. Da wir unten mal 20 rechnen, müssen wir nun auch oben wieder mal 20 rechnen, also 2 mal 20. Und das sind 40. 2 Fünftel auf 100 erweitert sind also 40 Einhundertstel. Da Prozent von 100 bedeutet, kannst du jetzt die Prozent einfach ablesen. Die 100 im Nenner fällt einfach weg und dafür schreibst du hinter die 40 das Prozentzeichen. Umgekehrt geht das natürlich auch. Hier haben wir 25 Prozent. Sollen die nun in einen Bruch umgewandelt werden, können wir einfach das Prozentzeichen hinter der 25 wegfallen lassen, einen Bruchstrich unter die 25 ziehen und in den Nenner die 100 schreiben. Schon haben wir aus 25 Prozent den Bruch 25 Einhundertstel gemacht. Diesen können wir aber natürlich noch kürzen, denn in die 25 unten die 100 passt jeweils die 25. Also rechnen wir oben und unten geteilt durch 25. Dann haben wir den Bruch ein Viertel. 25 Prozent als Bruch sind also 25 Einhundertstel bzw. gekürzt ein Viertel. Das ging jetzt zu schnell. Wenn du dir das Ganze noch einmal genauer anschauen willst, geh am besten zum Kurs Prozentrechnung und schau dir dort das Modul 3.7 an. Da wird das Umwandeln von Brüchen in Prozentangaben noch einmal ausführlich erklärt. Wenn du es schon verstanden hast, dann probier doch gleich mal die Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt aus. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Viel Spaß!